Der gute Quell Tim von Lindenau Einst lebten drei elbische Schwestern in einem Schloß auf einem hohen Berg. Es war zu jener Zeit, als der Winter noch mild war und nur selten Frost brachte. Die Pflanzen trugen das ganze Jahr über Ernte, da sich Knospe, Blüte und reife Frucht so sehr mochten, daß sie stets gemeinsam den Baum schmückten. Der Winter war ein sanfter Geselle, der es genoß, die Haut der Menschen zu streifen und die Pflanzen mit seinen Armen tanzen zu lassen. Stets blieb er friedlich und zurückhaltend. Die Welt der Elben, Zwerge, Menschen und Riesen kannte nichts als Liebe, Fülle und Freiheit. Wie es einst wirklich war zwischen Elben, Zwergen, Menschen und Riesen, das weiß wohl niemand mehr genau. Jene Zeit liegt weit zurück, weit hinter den hohen Gipfeln der Verfähmung, wo alle Erinnerung durcheinander geraten scheint. Wahrscheinlich ist, daß die Welt viel größer ist, als dem Menschen bekannt ist. Wahrscheinlich ist auch, daß sich Menschen und Elben einst mischten und möglicherweise wurde ein Teil der Elben zum guten Volk, den heute sogenannten Zwergen. Das gute Volk hat viele Namen, denn sie beherrschen den Gestaltwandel. Die ungeheure Verwirrung, welche dadurch unter die Menschen fuhr, mochte vielleicht sogar gewollt sein. Egal ob Geister, Kobolde, Teufel, Hexen oder weiße Jungfrauen, sie alle stehen eng zueinander. Dies scheint gewiß. Genannt wurden sie Elementargeister, Dämonen oder auch Gespenster. Aber sie heißen Elben, auch Alben oder Elfen genannt. Man munkelt, sie möchten selbst nur das gute Volk oder Freunde genannt werden. Aber mit der Freundschaft zwischen Elben und Menschen ist es wohl schon eine Weile her. Denkbar ist, daß es Riesen nie wirklich gab. Elben können sich selbst in Riesen verwandeln, und zudem scheint der Mensch selbst einmal ein Riese gewesen zu sein. Aus Titanen wurden wohl Teutonen, und aus jenen, das behalte ich besser für mich. Ja, vielleicht ist der Mensch geschrumpft, angemessen zu seinem Verstand und seinen Sinnen. Vieles deutet darauf hin. Vielleicht trat der Mensch aber auch erst vor einigen Jahrhunderten auf den Plan und verdrängte Elben und Riesen. Oder er ist selbst ein mittlerweile verkümmerter Abkömmling des guten Volkes. Dies würde erklären, warum wir noch heute in einer elbisch geprägten Namenswelt leben, was Holland, Schleswig-Holstein, der grüne Holunder, der kleine Holger und unzählbar andere Beispiele um uns herum erklären könnten. Allgemein, heißt es, waren erst die Riesen da. Dann folgte der Mensch und neben ihm die Elben. Zu ihnen gehören übrigens auch der Nock und die Nixe. Sie leben im Wasser unter dem festen Land, auf dem wir heute noch umherirren. Viele alte Wasserlöcher und Brunnen, überall in dem bekannten Landen verstreut, reichen bis in ihre Welt. Wehe den Menschen, wenn sie fehllaufen und das Wasser zu ihnen heraufkommt. Da alle originalen Schriften, welche von den frühen Anfängen erzählen, im späten Mittelalter verloren gingen, bleibt nichts als Nebel, alte Mähren von bescheidenen Bauern und zerschlagene Bildnisse. Als die Zwerge, das gute Volk, in unbekannte Lande auszogen, da sie die Nachbarschaft mit den Menschen nicht mehr ertrugen, schienen einige wenige von ihnen, die sogenannten Walen oder Venediger, geblieben und in fremde Verhältnisse geraten zu sein. Sehr wahrscheinlich unfreiwillig, denn Menschen und Elben haben dieselben Widersacher aus menschlichen Reihen. Wie es dazu kam, hat sich vielleicht wie folgt zugetragen. Jene drei elbischen Schwestern in dem Schloss auf dem Berg, vom Anfang unserer Geschichte, waren noch jung. Die Welt war unschuldig und rein. Die erste der drei Schwestern hieß Anbett. Sie liebte die Einigkeit auf Erden, die Freundschaft, die alles miteinander verbannt und stärkte. Ihre Fürsorge und Fruchtbarkeit nährte alles, was das Auge erblickte. Die zweite der Schwestern hieß Borbett. Sie liebte alles Schöne, das in der Sonne glänzte, und sie verführte selbst die Pflanzen, ihrem hellen Schein zu folgen. Ihr warmes Gemüt zog alle in ihren Bann und hüllte ein jedes Ding in wohlige Harmonie. Die dritte der Schwestern hieß Wilbett. Sie liebte den Wandel und träumte vom Werden und Vergehen, so wie die Mondin aufleuchtet und beinahe wieder erlischt. Sie war so voller Liebe und Gefühl, daß sie alles um sich herum verwandelte. Allen drei Schwestern war die Liebe, die Freiheit und die Hilfsbereitschaft das höchste Gut. Eines Tages saßen die drei Schwestern am Fuße des Berges am guten Quell und besangen ihr Tagwerk. Sie wuschen ihre schneeweißen Kleider, kämpften ihr langes Haar, welches jeder von ihnen bis über die Hüften reichte, und sie trugen frisches Wasser in goldenen Eimern hinauf zum Schloss. Als sie eines Nachmittags gemeinsam im grünen Gras ruhten und dem leisen Plätschern der guten Quelle lauschten, formte sich das Plitsch und Platsch des tanzenden Wassers zu einer heiteren Stimme. Hört, meine Töchter, ihr seid nun groß genug, um Selbstverantwortung zu tragen und eure guten Gaben mit der Welt zu teilen. Ich will euch ein Erbe vermachen, wie ich allen Dingen das Leben und die Freiheit schenkte, wie auch mir Leben und Freiheit zum Geschenk wurden. Handelt so weise, wie eure Kleider weiß sind. Liebt, wie die Mutter ihr Kind liebt und helft, wo immer Hilfe benötigt wird. Die Freiheit soll euer höchstes Gut sein, vergesst das nie. Da ergossen sich aus dem guten Quell drei Eimer voller klarer Edelsteine, in denen, in allen Farben des Regenbogens, die Liebe, die Freiheit und die Hilfsbereitschaft glänzten. Nehmt diesen Schatz, teilt ihn gerecht unter euch auf und verfügt über alles Land, das diesseits der Nebel liegt. Ihr sollt die Mütter allen Lebens werden und über den Frieden, in den euch bekannten Landen, wachen. Achtet einander und hütet die Einigkeit. Da ging die tänzelnde Stimme der guten Quelle wieder in das vertraute Plätschern über, und die drei Schwestern standen ergriffen beieinander und schauten auf ihr wundervolles Erbe. Als Borbett, welche die Sonne liebt, die nassen Edelsteine im warmen Lichtschein funkeln sah, verkrampfte sich ihr brennendes Herz. Sie kniete nieder und betrachtete ihr wunderschönes Angesicht im Spiegel der glänzenden Steine. Borbett streckte ihre zarte Hand aus, um die funkelnden Steine zu berühren. Sie waren so schön und bunt, daß Borbett sie alle für sich begehrte. Kurz hielt sie inne, doch als sie endlich die Hand über die Steine führte, verwandelten sie sich allesamt in Eitelgold. Hörbare Unruhe war von den Tieren im Wald zu vernehmen, und Anbett und Wilbett sahen erschrocken zu ihrer Schwester hinab. »Was hast du getan?«, fragte Anbett. »Statt Liebe, Freiheit und Hilfe haben wir nun nichts als Eitelgold. Wie sollen wir mit wertlosen Münzen Einigkeit, Liebe und Freundschaft in der Welt halten?« »Stein oder Münze, das eine ist so gut wie das andere«, sagte Borbett. »Kommt es nicht aus der guten Quelle, aus der auch wir stammen?« »Lasst uns unsere Eimer nehmen und das Erbe aufteilen.« Aber Anbett stiegen schwere Tränen in die Augen. Sie sank neben dem Quell zu Boden und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Unberührt davon reichte Borbett ihrer Schwester Wilbett die Eimer und begann diese mit ihrem Erbe zu füllen. Dabei sah sie Wilbett scharf an und bedeutete ihr zu schweigen. Sie füllte zwei Eimer mit den goldenen Münzen auf, und den dritten Eimer stellte sie verkehrt herum hin, so daß der Boden oben auf war. Sie bedeckte den Boden mit zwei Handvoll Münzen, so daß sie sich zu einem Haufen auftürmten, als wäre der Eimer übervoll. Den Rest von Anbetts Anteil aber verteilte sie auf ihren eigenen und auf Wilbettseimer, ohne daß die weinende Anbett den Schwindel bemerkte. »Gib mir deine Hand, Anbett!« Borbett führte die Hand ihrer noch immer in Tränen abgewandten Schwester über die drei gefüllten Eimer, und Anbett befand, daß ihrer genauso gefüllt wäre wie die Eimer ihrer Schwestern. Doch bemerkte sie nicht, daß ihr Eimer verkehrt herumstand. Wilbett war wie gelähmt. Sie war so erschrocken, über das Gerade erlebte, daß sie unfähig schien, eine Entscheidung zu treffen und den Betrug zu offenbaren. Da stoben viele Krähen aus den umliegenden Bäumen, Donner und Blitz erschütterten das erste Mal die bekannten Lande. Die Erde erbebte und das Schloß der drei Schwestern versank mit lautem Getöse tief im Berg. Der Wind der sanfte und friedliebende Geselle fröstelte und war zum ersten Mal unangenehm auf der Haut zu spüren. Unruhe zog durch Wald und Flur und die Harmonie der bekannten Lande erlosch, denn durch die Einigkeit Anbetts stehen alle Dinge zueinander. Wie Elben oder Menschen handeln, formen sich Wind, Wasser, Erde und Feuer. Dies ist der vorgehaltene Spiegel, das Echo, die Sprache der guten Quelle. Als Anbet sich wieder gefaßt hatte und Wilbett schützend die Arme um ihre weinende Schwester legte, war Borbett bereits mit ihrem gestohlenen Erbteil davon. Da brach die gute Quelle auf, formte sich zu einem tosenden Strom, ergoß sich in alle Gewässer und sprudelte folgende Worte hervor, so daß es alle Lebewesen hören konnten. Anbet, liebe Erde, du warst blind vor Trauer und bemerktest den Betrug an deinem Erbe nicht. Du hast das dir vermachte Glück nicht schützen können. Wilbett, liebe Mondin, du saßt tatenlos zu, wie deine Schwester Borbett zu Unrecht einen Teil von Anbetts Erbe an sich nahm. Und Borbett, liebe Sonne, du hast dich blenden lassen von Gier und Schönheit und betrugst deine Schwester Anbet um ihr Erbe. Alle drei tragt ihr nun die gleiche Last, auch Anbet und Wilbett, da ihr nicht wehrhaft wart, die euch anvertraute Harmonie in der Welt zu wahren. Euer Schloss ist versunken und die Einigkeit ist gebrochen. Von nun an müßt ihr so lange an allen Orten zu allen Zeiten, in allen Landen wandeln und euch um die Gunst von Mensch, Tier und Pflanze bemühen, bis jede goldene Münze in euren Eimern wieder zu Freiheit, Liebe und Hilfsbereitschaft wird. Als Anbet dies gewahr wurde, verwandelte sie sich in eine große Schlange, um in der Erde Kraft zu finden und alles Leben zu versorgen. Wilbett versammelte das gute Volk, die Freunde, um Menschen und Tieren in der aufkommenden Not zu dienen. Doch Borbett mischte sich unter die Menschen und trübte deren Geist mit dem gestohlenen Gold. Niemand weiß genau, wann Borbett verstand, daß das eitle Gold nicht zum Glück gereichte. Doch von da an versuchte sie jede Münze in Liebe für Freiheit zur Hilfe zu wenden. Doch viele Münzen waren in den bekannten Landen verstreut, und es gab nur noch wenige Menschen, die in Harmonie mit sich und allen Dingen lebten. Und der Zustand der Menschen verschlechterte sich von Tag zu Tag, und mit ihnen auch der Zustand aller Dinge. Viele Jahrhunderte später erinnerte sich niemand mehr an das Erbe der guten Quelle. Ein paar wenige Menschen, deren Sinne vollkommen von Borbetts Gold getrübt waren, fingen an, die Kraft der guten Quelle für sich zu nutzen, indem sie alle Wunder der Welt mit falschen Versen besangen und in Not geratene Menschen an sich und ihre zweideutigen Lieder banden. Dabei erfanden sie unzählige Lügen, damit sich niemand mehr an die gute Quelle und die drei Schwestern erinnerte. Sie erdachten Götter und Teufel und verbreiteten beängstigende Kunde über alle Formen der Elben. Denn so würde sich das Erbe der Quelle nie wieder in Freiheit, Liebe und Hilfsbereitschaft wandeln. Und so könnten sie selbst alle Macht für sich vereinen und müßten nie wieder Werken oder anderen helfen. Sie nannten sich selbst Heilend und vergifteten ihre Mitmenschen. Um sich zu schützen, verbargen sie sich hinter vielen Nebeln und schickten andere aus, ihre Fährte zu verwischen. Doch unter der Linde liegt die große Schlange, von der die Menschen mittlerweile annehmen, sie müsse ein geflügelter Drache sein. Die Menschen glauben auch, daß Engel Flügel hätten. Doch Engel sind Elben und Wilbets gutes Volk hatte nie Flügel, denn sie leben nicht im Himmel, wo die Sonne die Menschen mit ihrem Golde verblendete, sondern in den Hügeln und Bergen, tief in der Erde, in Pflanzen und in Steinen. Borbets Erbe beherrscht noch heute die Menschen. Sie sind von den Strahlen der Sonne derart geblendet, daß sie völlig hilflos im Leben stehen. Die drei Schwestern wandeln seit jenem Tag durch tiefe Wälder, feuchte Auen und kalte Höfe und warten auf beherzte Menschen, die ihr Erbe annehmen und das eitle Gold wieder in Liebe, Frieden und Hilfsbereitschaft wandeln. Doch müssen es besondere Menschen sein und sie müssen besondere Prüfungen bestehen, damit das verlorene Erbe wieder in Harmonie zur Einigkeit führt. Ja, sie tragen Jeans oder himmelblaue Tüllkleider, fahren vielleicht goldfarben lackierte Elektroautos und bitten, man möge ihnen helfen, die Harmonie wieder herzustellen. Ihre Bildnisse finden sich in alten Darstellungen in allen Bekannten landen. Borbett steht manches Mal auf dem besiegten Drachen, ihrer Schwester Anbett, und ja, die meisten Drachendarstellungen haben gar keine Flügel. Wilbett ist, einen Freund aus dem guten Volk auf dem Arm tragend, ebenfalls in alten Hallen zu erblicken. Ihre Namen sind unzählbar. Katharina, Barbara, Ursula, Verdandi, Urt, Skult, Frau Holle, Perchter, Maria, oder einfach Anbett, die Erde, Borbett, die Sonne, und Wilbett, die Mondin. Ihr ihnen gemeinsam gegebener Familienname, Bet, bedeutet ewige Hilfe. Ihnen galten die Gebete, bevor die Menschen vom alten Glauben abkamen und ihn fast völlig vergaßen. Wer von ihrer Kunde lesen mag, der nähert sich den alten Sagen in ihrer reinen, nicht literarischen Form. Egal ob Teufel, Elfen, Kobolde, weiße Jungfrauen, Hexen oder Gespenster. Sie alle erzählen von ihrer Geschichte, den drei Schwestern am guten Quell. Ja, sie sind noch da, doch zeigen sie sich zumeist in Gestalt von Menschen und Tieren, um sich selbst vor verirrten Menschen zu schützen. Lauscht den Vögeln, folgt dem Wasser und ruht an den alten Steinen. Erinnert euch der vorzeitlichen Bräuche. Lebt, wie es uns die gute Quelle lehrte, in Liebe, Freiheit und Hilfsbereitschaft. Erinnert euch der vorzeitlichen Bräuche.